In der Orthopädie-Schuhtechnik Polig wird traditionelle Handwerkskunst erlebbar. Hier werden individuelle Maßschuhe komplett vom ersten Ausmessen bis zur Fertigstellung produziert. Viele Produktionsschritte werden noch in echter Handarbeit durchgeführt. Moderne Maschinen und Computertechnologie kommen dann zum Einsatz, wenn höchste Präzision gefragt ist. Gerade beim Maßnehmen sind wir froh, dass wir computergestützte Systeme haben, die uns das Maßnehmen deutlich erleichtern. Und im Prinzip einen 3D-Scan machen können vom Fuß, wo wir früher mit Gipsabdruck oder mit Blaupausen gearbeitet haben. Das wird moderner, aber ansonsten gibt es ganz viele handwerkliche Schritte da drin, die auch nach wie vor von der Hand einfach ausgeführt werden müssen. Orthopädische Maßschuhe werden dann benötigt, wenn der Fuß in seiner Funktion so stark eingeschränkt ist, dass andere orthopädischuhtechnische Versorgungen nicht mehr ausreichen. Wir haben das Bild angefangen vom einfachen Diabetiker bis hin zum schweren Klumpfuß noch, die praktisch noch nicht als Kind operiert wurden, wie man es heutzutage macht. Das ist die schwerste Indikation, die haben wir auch vermehrt wieder da. Aber ansonsten Knick, Senkfüße oder Lähmungen ist genauso da. Also eigentlich alles, was an Indikationen gibt, kommt eigentlich auch zu uns. Weil der orthopädische Maßschuh auch ein Bekleidungsstück ist, wird besonderes Augenmerk auf die Ästhetik und ein modisches Erscheinungsbild gelegt. Obermaterial für die Schuhe ist Leder, nach wie vor. Im Diabetikerbereich wird auf Kunstfaser umgestellt, hauptsächlich im Innenbereich, damit keine Druckstellen entstehen. Ansonsten ist Leder der Hauptbestandteil vom Schuh und die Sohlenmaterialien sind halt Gummimaterialien, die man wieder aufbauen kann und das Ganze wieder herrichten, sodass der Schuh eigentlich ein langes Leben dadurch hat. Bis zum fertigen Schuh sind zahlreiche Arbeitsschritte notwendig. Präzision und handwerkliches Geschick sind dabei wichtigste Voraussetzungen. Immer leichtere Materialien und innovative Arbeitsverfahren garantieren eine sehr gute Passgenauigkeit und hohen Tragekomfort. Qualität Made by Polig Präzision und handwerkliche ания